Hallo und willkommen zu KeinemSpiel, sondern nur einer kurzen Information, was für euch diese Woche auf dem Kanal los sein wird. Meine Frau und ich werden eine kleine Deutschlandreise machen. Ich habe nämlich Urlaub und mit dem 100 Euro Ticket wären wir ja blöd, wenn wir da nicht mal kurz durch Deutschland tuckern. Wir haben nur eine Woche Zeit und in der Woche wird es auf jeden Fall keine Streams geben. Und auch nur ein Video am Tag. Ich bin jetzt gerade noch am Aufnehmen. Es wird auch nur Banners of Ruin kommen. Und wir sind auf jeden Fall in Frankfurt, in Kassel, in entweder Hannover oder Braunschweig. Wir fahren nach Hamburg. Wir gehen nach Berlin und Leipzig und dann halt wieder nach Hause. Gucken wir uns ein bisschen was an. Könnte ein bisschen stressig werden. Ist teuer, aber immerhin müssen wir für den öffentlichen Personennahverkehr nicht wirklich was zahlen. Und ich persönlich war auch noch nie in Berlin, also von daher ist das auch schnieke. In Kassel war ich schon, aber wir wollen uns die barocken Wasserspiele anschauen. In Bad Wilhelmshöhe, das wird bestimmt auch schnieke. Aber nur so eine kleine Info für euch, dass es keine Livestreams geben wird und auch nur ein Video am Tag. Und auch wie gesagt nur Banners of Ruin. Damit sich keiner wundert, was da los ist. Norco möchte ich natürlich weiterspielen und Fight Sentide Spaces wird auch nochmal kommen, aber die komplette Woche eben nicht. Nur zum Bescheid geben. Also Leute, ich wünsche euch was. Ich hoffe, wir kommen an einem Stück wieder zurück. Und Livestreams gibt es dann nächste Woche wieder. Also Leute, was gibt es dann und ciao.